Also, liebe Männer, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr immer in reinen Frauenrunden sitzen würdet? Uncool, oder? Was müssen Agenturen tun, um Frauen in Führungspositionen zu bringen? Zum einen müssen sie die Frauen erstmal befördern und nicht nur die Männer. Ich muss sagen, ich habe darüber nie nachgedacht, dass ich eine Frau bin. Ich habe einfach gemacht. Das erfordert aber eben auch ein Aufeinanderzugehen von beiden Seiten. Sagt ruhig zu allen Männern, ihr könnt auch mal zu Hause bleiben. Ich schmeiß den Laden, ich mach hier die Karriere. Wir könnten zum Beispiel anfangen, das gleiche Verhalten auch gleich zu bewerten. Warum ist ein Mann, der viel redet, eloquent? Eine Frau, die viel redet, hat Haare auf den Zähnen. Frauen müssen ihre Zurückhaltung aufgeben, die müssen einfach mutiger sein, nach vorne gehen, sich präsentieren und nicht immer nur die Arbeitsbienen sein. Oft sagen die Menschen, die Frauen müssen zwischen Arbeit und Familie wählen, aber es ist nicht so einfach. Lasst uns die Menschen als Individuen sehen und wenn wir das tun, dann wird sich eine Menge ändern. Aber rausholen muss man es aus sich selbst. Und in diesem Sinne, haut rein, macht was draus, sagt Ja im richtigen Moment. Weitere Musik Untertitelung des ZDF, 2020